ja was geht ab youtube und herzlich kommst dann weiter im video auf unserem kanal ja der erich auch dabei ja natürlich der alex auch ja und morgen ja wir spielen hier auf dem minecraft und ja erst mal sorry dass die letzten tage keine videos kamen ja wir hatten keine zeit und sagen wir mal ja wir hatten einfach keine zeit so so die letzte folge die fünfte glaube ich kann nicht hochgeladen werden oder weil einfach meine wie heißt das jetzt ja nein einfach meine soundqualität nicht da ich habe keine ahnung alter die audio war einfach nicht da auch nicht aufgenommen worden und ja deshalb konnte ich ja folge nicht hochladen und deshalb sieht der jetzt auch nur die sechste ja ja alles klar der stört dafür die ganze zeit was habt ihr gerade zu machen mega ich komme jedes mal den leder und dann ist ein scheiß bürttnolz machst du selbst schon den leder 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 ok gut dann mach ich mir jetzt mal los leder mit vier leder warte wir haben einen boden mhm eric kannst du ein bisschen zucker rauch vielleicht fahren äh wieso wir brauchen das für bücherregale wieso ihr ja für dings zaubertisch ich mach doch meine eigene base als ob ja hab ich doch schon längst gesagt schon vor einer woche hör auf wir machen angriffe gell ich schwöre ja ey lass mal wirklich angriffe machen wir finden das ey hallo frieden junge frieden was für frieden alter wir sind hier bei minecraft clash clash wahrscheinlich ich hab das noch nie geguckt also alles klar erstmal ein dislike diese scheiß kabel natürlich ist ja eric ganz oben verlinkt erstmal ein dislike dalassen bitte ok bitte ich schalte gerade mal keinen trailer bitte lass da bitte wasseine bitte ich brauche die dislikes halt dein maul jetzt alter kriege ich mehr Aufrufe ja 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 du hast nicht mal ein video hochgeladen du hast nicht mal einen Aufruf alter äh Alex brauchen wir Closedown doch ich hab mein Video hochgeladen das war scheiße ne nur wenn du Licht machen willst äh ich kauf das äh ich kauf dann ich brauch das mal auf ja kauf mal Closedown von der Ecke so nein ich brenne geil oh god du sexy sexy ich bin noch ein frohchen ja immer leise haha entschuldigung ja dank entschuldigung 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 ne ich bin gleich neben dir ne alles klar aaaah ey warte wo ist jetzt mein Essen ja die anderen sag ich jeden Tag wo ist mein Essen jetzt hör auf so halt nachzumachen hä was soll er machen ja da braucht immer sein Essen und sein Essen dann was kommt der eigentlich gegen dir was macht denn da wo schlimm er ist der ist fett der ist ja ha 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 im besten Grimme ich auch rau raus eric sag mir mal kurz deine Koordinat 2-3 1-2 2-3 2-3 ah ok wieso ich will es besuchen ein bisschen Samt und Ganta Urlaub aaaah ach so schön krieg ich das auch umsonst und Flint und geil krieg ich das doch was mein ich gar nicht geschenkt schade ich hab das schon alles zusammengebracht ach so dann play sich bestimmte Sachen bei dir und die hey ich hab nicht meine Base ich bau sie wieder du ja du bau sie in die Base bei uns und dann die ja ok dann ich will nicht wieder zu euch ne das wird wieder Clash ne hä was hab ich denn für Kitar du bist fett und gay ich bin nicht gay doch du bist Harry gay du heißt Harry gay ja und und jetzt hab ich seinen Steam-Namen verloren ja und was jetzt alter er ist sogar rum in der Videobeschreibung aaaah 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 ok ich muss mich auf ne Kiste machen halt dein Maul ne halt dein Maul Entschuldigung schäme dich einfach aaaah tu aaaah aaaah eine Kommune verlaufen, geil. Warte, man braucht zum Pfeile machen, Flem, Feder und Stöcke, ne? Ja. Gut, dann... Ne, weil ich hab's auch ein ganzes Spiel. Ja, ja. Ehrlich? Ja, wahrscheinlich, Alex, halt. Hab ich's ehrlich? Soll ich die Kliniken noch machen, oder was? Ich hab die Kliniken. Alex, was sind die Koordinaten, ne? Ehrlich? Koordinaten? Wahrscheinlich, Alter. Ist das die Koordinaten bei euch, oder was? Ja, ja. Okay, ich bin ein tausend Glück für euch, nicht ernsthaft. Schlüsse? Hallo, Schlüsse? Okay. Zieh mich eine Bier. Emeralds. Oh, ist gut. Oh, ist gut. Digga, maaannn. Eeeh. Digga, bleib mal. Habt ihr in meinem Alter? Bist du, Alter? Nö. Irgendwann stellen wir, weil du kein Essen hast. Mann. Toll. Ja, wenn nicht, muss Erich mal zu unserer Base gehen. Wieso? Ja, das willst du doch tun, oder? So nett kann man auch sein. Nein, ich will nix tun. Alter, maul. Ich bin so fett. Ein guter Grund, aber. Hm. Ich will nix tun. Wenn du nur jeden Tag am 14. Schneide meine Drecksvideos, die ich nicht habe. Du hast noch nie Video hochkennen, das ist das Problem. Digga, wir haben 6 Diamanten. Ich nehme mir 3 raus für ne... So heck, ich hab ne Video hochkennen. Gut. Bist du noch Kampf, oder? Ja, ja. Wahrscheinlich, wir haben krank im Kopf. Alex, der war gott sich. Der war wirklich krass, oder? Digga, überschreibt nicht die Lage. Bist du auch. Verschreibt nicht, okay? Lass. Ey, Mann. Hä, bist du immer noch 1 Meter? Nö. Ich nicht mehr. Ich brauch noch 1 Meter. Du machst noch 1 Meter. Nö. Was ist das? Nö. Nö. Ich brauch noch 1 Meter. Doch, wenn man dann Nö. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich verstehe ihr Spaß. Wahrscheinlich. Ich bleibe mich selbst. Oh, leid. Oh, ich hab das Neta-Portal gefunden. Oh, ich hab nicht viel. Oh, nein. Ich hab schon sogar rausarmt. Äh. Ich fühl mich jetzt mal zu ehrlich mit Spaß. Nein, du machst es nicht. Oh, fuck. Oh. Oh. Hey, Alex, ich die ganze Zeit nicht mehr am Netan. Sag mir nicht die Koordinaten der Mix-Seite. So. 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 Nochmal. Bitte. Oh, ja. Ich hab noch ne echte Wasser. Oh, wirklich für Wasser. Ich hab dir doch Bescheid gesagt. Das sind bestimmt nicht die Koordinaten im Chat, Alter. Kannst... Oh. Kannst du mir vielleicht Larpes geben, oder so? Gleich. Gucken wir jetzt. Was? Da brauch ich noch mal. Komm mal, ich hab's jetzt rein. Achso, ihr habt schon einen Server zu ihr, oder? Ja, klar. Wir sind krass, Alter. Ich hab schon eure Folge gesehen, ich wollte euch nicht sagen. Mhm. Wahrscheinlich. Kannst du doch mal bitte Larpes geben. Soll ich halt schärfe eins auf mein Dia-Schwert machen, oder soll ich da warten? Digga, als ob du dir jetzt ein Dia-Schwert gekrabbt hast. Nein, ich hab da schon mehrere Folgen, aber... Als ob. Warum machst du dir ein Dia-Schwert, Alter? Ist doch okay. Achso. Aus der Kiste, ja. Hier, Felix, Larpes. Was? Wo? Ach, ich weiß, was ich machen muss. Werf sie doch nicht in Neta! Behinder'n! Ich hab's doch ins Neta alles geworfen. Warum tust du das? Scheiß Wichser. Ach, stimmt. Wir haben sie in Larpes, Alter. Wir haben nicht mehr. Natürlich hast du ein Stückchen. Ich hab gleich 2 fix 2. Ach, halt dein Maul, es juckt mich nicht. Du hast bestimmt nicht mal einen Bogen, Alter. Natürlich hab ich einen Bogen. Du kannst mal mit dem Bogen umgehen, jetzt halt dein Maul. Hä? Was will ich denn jetzt gemacht? Die Muppe mich haben. Ja und? Hä? Ja, Moby Dick. Hä? 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 Ja und ich so dr Chartner, Alter. Ja als Tenner. He 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 he. Hä was beleidigt du mich so?!? Was mach ich denn nun?! Ea ich malte wil ich mein dich. Ah, fuck. Wen meinst du dann? Alex. Weil ich, ähm... Einfach... Wenn er sich direkt angesprochen fühlt. Ja, Junge, ich bin halt so. Trotzdem find ich's nicht geil. Hast du findest mich geil? Nein. Doch, ein bisschen aber. Alles klar. Auch Felix ist auch ein bisschen ein bisschen mehr als Alex. Oha. Sag ich meiner Mama. So viel hab ich? Warte mal. Ich hab irgendwo letztens Zuckerrohr hängen. Oh Gott. Wie viel Level habt ihr? Ich hab irgendwo letztens Zuckerrohr hängen getan. Keine Ahnung. Wie viel Level habt ihr? Ähm, 13. 13. Ich hatte 30, aber... Warst du für Zauber? Ja. Zauber. Wahrscheinlich. Oh, ich hab einfach... Drei... Drei Amber Rills. Oh, Amber Rills. Ja. Drei Chisie. Ich kauf nicht mehr bei einem Villager. Wahrscheinlich. Da war's lustig. Das ist auch echt. War lustig. Das ist auch echt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist bestimmt seine Mutter. Zu spät gewusst. Hä? Du hast ein Problem, Alter. Ja, ich hab kein Problem. Natürlich. Guck mal, ich bin nett zu euch, wenn wir ihn beleidigen haben. Ich hab kein Problem geflogen. Ich hab kein Problem oder so. Tidier schockiert. Alles klar. Der Problem war aber schön. Also... Lass mich nicht. Nein, 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 nein. Oh nein... Oh nein... Oh nein... Oh nein... He? Was ist das? Oh. Ich glaub gleich hier, er ist ganz kurz auf dem Platz. He? Hehehe... Keine Frage, mögt die Afghane? Ne Beste Frage der Welt Mögt die Afghane? Ich mag Afghane In Afghanistan Wie sind deine Koordinaten? Junge! Wieso? Ja dann kann ich zu dir kommen Was willst du da machen? Ich will dich abholen Nein Ich baue mir jetzt eine eigene Base Für ein paar Folgen Wai oder 3 Und wenn wir eine krassere Base haben Und TNT und so Und dann KTNT Kanone vor deiner Haustür Ich habe doch nicht meine Tür Ich bin zu Armwärm Ich habe kein Geld Und wo ist Felix da da? Bin ja da Wenn ich nicht richtig kippt About für ein Tier Ich muss davon sehen Wie lange geht denn schon die Aufnahme alt? Zwei Minuten Ja klar Hier ist ein Baby Zombie Das ist nix mehr Na das ist nix mehr Ich liebe Babys Ich bin Philofilie Nicht Ich hab keine Blöcke dabei Wie viel Cranky ist einfach mal Wo Huuuuu Was geht Es geht Halt der Maul! Halt der Maul jetzt, Alter! 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 Was denn? Kauf doch nimmer von mir wieder! Gib's doch zu, Alter! Ja, und? Du gehst sogar noch zu mit jetzt! Den fand ich jetzt auch lustig! Ich auch, Alter! Mhm! Wann bist du so lustig geworden? Gestern! Boah, krass, Alter! Was sagt deine Mutter dazu? Hä, was beleidigt du denn schon wieder meine Mutter? Du hast dich selber beleidigt, Alter im Maul jetzt! Ja, trotzdem was beleidigt du, meine Mutter! Ich hab dich beleidigt, ich hab gefragt, was sie dazu sagt! Oder was ist das denn? Hä? Das ist eine Beleidigung! Das ist keine Beleidigung! Wo bist du, Alter, du Scheibskid! Wo bist du aufm Kopf gefallen, oder was? Halt der Maul! 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 hat er was? alter maul so wenn ich jetzt Dias sende ach alter maul alter der hat bestimmt nichts für amt hab ich nicht dann hätt ich ja schon längst Dias gemacht hast du nein ich verkennt mich jetzt ah ich wollte was austesten danke das war nicht ernst gemeint ja trotzdem alter was bist du denn alle gegen dich ich hab nix gegen dich wir sind doch ganz lieb ja vielleicht bin ich fertig ja Leute auf jeden Fall wir unterbrechen jetzt die Aufnahme an dieser Stelle und dann nein hast du dich schon beendet nein nein ja dann würde ich sagen nein bis zum nächsten unterbrechen die nächste Folge kommt dann direkt mal drin Russland Honka Busch und Bier Zucker bla Arme nach oben Zucker bla wir drehen jetzt direkt im Anschluss noch eine Folge die wird dann morgen äh keine Ahnung ja halt der Maul die wird dann den äh am Lauf des Tages morgen kommen ähm ja dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal zu kommen zu kommen Chir 500 500 100